Herzlich Willkommen zu dieser geführten Meditation, die speziell darauf ausgerichtet ist, dir Entspannung und Erleichterung bei Heuschnupfen zu bringen. In den nächsten Minuten wirst du durch Atem- und Visualisierungstechniken geführt, die darauf abzielen, deine Symptome zu lindern und einen Zustand tiefer Ruhe zu erreichen. Diese Praxis kann dir helfen, einen positiveren Umgang mit dem Heuschnupfen zu entwickeln und dein allgemeines Wohlbefinden zu unterstützen. Bevor wir beginnen, möchte ich dich einladen, eine Position zu finden, in der du dich vollkommen wohl und entspannt fühlst. Du kannst dich entscheiden, zu sitzen oder zu liegen. Wähle eine Position, die für dich am bequemsten ist. Wenn du sitzt, achte darauf, dass dein Rücken gerade ist, aber nicht steif, deine Füße flach auf dem Boden ruhen und deine Beine nicht gekreuzt sind. Wenn du liegst, erlaube deinem Körper, sich ganz natürlich auszustrecken, ohne Spannung in Armen, Beinen oder dem Nacken. Erlaube deinen Händen locker zu deinen Seiten oder auf deinem Schoß zu ruhen. Sobald du eine bequeme Position gefunden hast, schließe sanft deine Augen. Erlaube dir in diesem Moment ganz präsent zu sein, mit all deiner Aufmerksamkeit gerichtet auf deine innere Erfahrung. Dies ist eine Zeit nur für dich, ein sicherer Raum, den du geschaffen hast, um Heilung und Ruhe zu erfahren. In den nächsten Momenten werden wir zusammen durch Atemübungen gehen, die dir helfen, dich zu zentrieren und deinen Körper auf tiefe Entspannung einzustimmen. Erlaube dir, mit jedem Atemzug ein wenig mehr loszulassen. Jede Anspannung, jeden Gedanken, der dich von diesem Moment ablenkt, sanft wegzuschmelzen. Die Übungen sind darauf ausgelegt, deinen Körper zu beruhigen und deinen Geist zu zentrieren und dir dabei zu helfen, mit den Symptomen des Heuschnupfens besser umzugehen. Ich lade dich ein, deine Aufmerksamkeit sanft auf deinen Atem zu lenken. Spüre, wie die Luft durch deine Nase einströmt. Kühle, Ruhe mit sich bringend und dann warm und beruhigend wieder ausströmt. Erlaube dir, diesen natürlichen Rhythmus deines Atems zu beobachten, ohne ihn zu verändern. Einfach nur beobachten und präsent sein. Beim nächsten Einatmen zähle langsam bis vier und fülle deine Lungen vollständig mit Luft. Halte den Atem einen Moment lang an und spüre die Fülle und die Ruhe in dir. Beim Ausatmen zähle langsam bis sechs. Lass die Luft sanft und kontrolliert entweichen. Mit jedem Ausatmen gibst du Anspannung und Beschwerden frei. Lässt sie einfach wegschmelzen. Nun, während du weiterhin tief ein- und ausatmest, stelle dir vor, dass mit jedem Atemzug heilende Energie in deinen Körper strömt. Diese Energie ist rein und leuchtend. Gefüllt mit der Kraft, beruhigend und lindernd auf deine Atemwege zu wirken. Vielleicht stellst du dir diese Energie in einer Farbe vor, die für dich Heilung und Ruhe bedeutet. Ein sanftes Blau oder ein warmes Licht. Mit jedem Einatmen breitet sich diese heilende Energie weiter in deinem Körper aus. Erreicht jede Zelle, jeden Winkel. Sie umhüllt besonders jene Bereiche, die durch Heuschnupfen betroffen sind. Bringt Linderung und Komfort. Mit jedem Ausatmen lässt du Stress, Unbehagen und alle Symptome des Heuschnupfens los. Sie verlassen deinen Körper mit der ausgeatmeten Luft. Lassen dich leichter und befreiter fühlen. Nimm dir einen Moment, um diesen Zyklus des Ein- und Ausatmens zu wiederholen. Um diese heilende Energie tief in dich aufzunehmen. Und alles loszulassen, was dir nicht mehr dient. Mit jedem Atemzug fühlst du dich beruhigter, zentrierter und mehr im Einklang mit dir selbst. Erinnere dich daran, dass du jederzeit zu diesem bewussten Atem zurückkehren kannst, wenn du im Laufe des Tages Erleichterung und Ruhe suchst. Erleichterung und Ruhe suchst. Jetzt, da dein Atem ruhig und gleichmäßig fließt, werden wir uns der progressiven Muskelentspannung zuwenden. Diese Technik hilft dir, körperliche Anspannungen zu lösen und fördert ein tiefes Gefühl der Entspannung. Beginne bei deinen Füßen. Spanne die Muskeln deiner Füße so fest wie möglich an. Halte diese Spannung für einen Moment und achte darauf, wie sich das anfühlt. Jetzt atme tief ein und entspanne beim Ausatmen diese Muskeln vollständig. Spüre, wie die Anspannung wegschmilzt und deine Füße schwer und entspannt werden. Als nächstes richte deine Aufmerksamkeit auf deine Waden. Spanne die Muskeln an, halte die Spannung und entspanne sie dann beim Ausatmen. Mit jeder Muskelgruppe, die du entspannst, fühlst du dich ruhiger und gelöster. Fahre fort mit deinen Oberschenkeln. Spanne sie an, halte kurz inne und lass dann los. Erlaube dieser Welle der Entspannung, sich durch deinen Körper zu bewegen und deinen Unterkörper in einen Zustand tiefer Ruhe zu versetzen. Jetzt konzentriere dich auf deinen Bauch und deine Brust. Ziehe die Muskeln sanft zusammen, halte diese Spannung und atme dann aus. Lass alles los. Spüre, wie jede Ausatmung dich tiefer in die Entspannung führt. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deine Hände. Behalte sie zu Fäusten, spüre die Anspannung und öffne sie dann beim Ausatmen. Lass die Finger locker und entspannt. Fahre nun fort mit deinen Armen. Spanne die Muskeln deiner Unterarme und Oberarme an. Halte die Spannung. Und entspanne sie mit dem Ausatmen. Erlaube deinen Armen, vollständig, schwer und entspannt zu sein. Nun zu deinen Schultern. Hebe sie so an, als wolltest du sie zu deinen Ohren ziehen. Halte die Spannung und lass sie dann fallen. Spüre, wie die Last von deinen Schultern genommen wird. Wie Anspannung und Stress sich auflösen. Konzentriere dich als nächstes auf deinen Nacken und deinen Kopf. Zieh die Stirn in Falten, press die Lippen zusammen und kneife die Augen fest zu. Halte diese Anspannung und entspanne dann alles beim Ausatmen. Ausatmen. Spüre, wie dein Gesicht weich und entspannt wird. Frei von jeglicher Anspannung. Während du in diesem Zustand tiefer körperlicher Entspannung verweilst, stell dir vor, wie eine sanfte, heilende Energie durch deinen Körper fließt. Diese Energie ist warm und lichtvoll. Sie umhüllt dich mit einem Gefühl des Komforts und der Heilung. Besonders jene Bereiche, die durch Heuschnupfen beeinträchtigt sind. Wie deine Nasenwege, deine Augen, werden von dieser Energie berührt und erleben Linderung und Ruhe. Spüre, wie diese heilende Energie jede Zelle deines Körpers nährt und revitalisiert, die ein Gefühl von Ganzheit und Wohlbefinden schenkt. Wie die Zelle deines Körpers nährt und die Zelle deines Körpers nährt und die Zelle deines Körpers nährt. Wir werden nun unsere innere Reise fortsetzen, indem wir tief in eine Visualisierung eintauchen, um unser Wohlbefinden weiter zu fördern und unsere Fähigkeit zu stärken, mit dem Heuschnupfen auf positive Weise umzugehen. Wenn du bereit bist, deine Aufmerksamkeit langsam zu verlagern, behalte das Gefühl der Ruhe und Gelassenheit bei, das du bereits erreicht hast. Lass diese Empfindung die Grundlage bilden, auf der wir unsere Meditation weiter aufbauen werden, um Heilung und Wohlbefinden auf allen Ebenen zu unterstützen. Ich lade dich ein, dich mit mir auf eine Reise zu einem Ort der Ruhe und Heilung anzuschließen. Einem wunderschönen, ruhigen Strand, der sich vor dir erstreckt. Dies ist ein Ort, an dem die Luft rein und erfrischend ist, frei von allem, was Heuschnupfensymptome auslösen könnte. Stelle dir vor, du stehst mit bloßen Füßen im weichen, warmen Sand. Vor dir liegt das endlose Meer. Seine Wellen tanzen sanft im Rhythmus der Natur. Der Himmel darüber ist klar und blau und die Sonne wärmt deine Haut mit einem sanften, wohltuenden Licht. Mit jedem Atemzug fühlst du, wie die salzige Meeresluft tief in deine Lungen strömt, reinigend und belebend. Die Luft hier ist mit dem Duft von Salz und Freiheit gesättigt. Und du bemerkst, wie mit jedem Einatmen eine tiefe Ruhe in dir wächst. Die Symptome des Heuschnupfens scheinen hier irrelevant zu sein. Es gibt nichts, das deine Ruhe stört. Höre auf das beruhigende Geräusch der Wellen, wie sie sanft am Ufer auslaufen. Dieses stetige Rauschen wird zu deinem Begleiter in der Heilung. Eine natürliche Melodie, die dich in einen noch tieferen Zustand der Entspannung führt. Sieh, wie das Wasser in verschiedenen Schattierungen von blau und grün glitzert. Jede Welle reflektiert das Licht der Sonne, als würde das Meer selbst mit dir kommunizieren, dir seine Energie und Stärke schenken. Spüre, wie der leichte Meereswind deiner Haut dreichelt. Jede Berührung trägt Anspannung und Beschwerden mit sich fort. Lässt dich befreit und erneuert fühlen. Vielleicht möchtest du entlang des Wasserrandes gehen. Deine Füße von den Wellen umspülen und mit jedem Schritt fühlst du dich verbundener mit dieser natürlichen Quelle der Ruhe und Reinheit. Finde einen Platz, wo du dich setzen oder hinlegen kannst. Vielleicht nahe dem Wasser, wo du die sanfte Bewegung der Wellen beobachten und das Gefühl der Unendlichkeit und Freiheit voll und ganz in dich aufnehmen kannst. An diesem Ort bist du frei von Heuschnupfen-Symptomen, umgeben von der Heilung, die die Natur dir bietet. Verweile einen Moment in dieser wunderschönen, heilenden Umgebung. Lass das Meeresrauschen und die reine, salzige Luft tief in dein Bewusstsein eindringen. Dieser Ort der Ruhe und Heilung steht dir jederzeit offen. Ein Zufluchtsort, den du aufsuchen kannst, wann immer du nach Erleichterung und Frieden suchst. Untertitelung des Zufluchtsort, den du aufsuchen kannst, Nun, da du langsam aus der Tiefe deiner Visualisierung zurückkehrst, mit einem Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens, ist es an der Zeit, deinen Geist mit kraftvollen, positiven Affirmationen zu stärken. Diese Worte sind die Samen des Glaubens und der Heilung, die tief in unserem Bewusstsein eingepflanzt werden, um uns auf unserem Weg zu unterstützen. Wiederhole jede Affirmation leise in deinem Geist oder laut, wenn du magst. Lasse die Wörter tief in dein Herz und deine Seele sinken. Fülle ihre Wahrheit und ihre Kraft. Atme tief ein und aus und mit jedem Atemzug stelle dir vor, wie Stärke und Ruhe deinen Körper und Geist durchfluten. Mit jedem Atemzug fühle ich mich stärker und ruhiger. Spüre die Verbindung zwischen deinem Geist und deinem Körper. Eine Partnerschaft, die durch jede Erfahrung stärker wird. Ich bin in vollkommener Harmonie mit meinem Körper. Gemeinsam bewältigen wir jede Herausforderung. Visualisiere, wie dein Immunsystem in perfekter Balance arbeitet, um dich gesund und frei von Beschwerden zu halten. Mein Immunsystem ist stark und kompetent. Es schützt mich sanft und effektiv. Stell dir vor, wie jede Zelle deines Körpers mit sauberer, heilender Luft bei jedem Atemzug revitalisiert wird. Ich atme leicht und frei, die Luft um mich herum nährt und heilt mich. Fühle die tiefe Verbindung zwischen dir und der Erde. Eine Bindung, die dir Kraft und Heilung bringt. Jeden Tag fühle ich mich mehr mit der heilenden Kraft der Natur verbunden. Bekräftige deine Fähigkeit, Gedanken zu wählen, die dein Wohlbefinden fördern und dich in einen Zustand inneren Friedens versetzen. Ich wähle Gedanken, die mich nähren und unterstützen. Mein Geist ist ein Ort des Friedens. Empfinde tiefe Dankbarkeit für deinen Körper und seine unglaubliche Fähigkeit zur Selbstheilung. Ich bin dankbar für meinen Körper und seine Fähigkeit, Heilung zu finden und zu fördern. Nimm diese Affirmationen als deine Begleiter mit, während wir unseren meditativen Weg fortsetzen. Sie sind Leuchttürme des Glaubens und der Heilung, die dich durch jeden Moment deines Lebens führen. Lass sie in deinem Herzen wieder heilen. Halte die Empfindungen der Stärke, des Friedens und der Harmonie, die diese Worte in dir geweckt haben, fest. Sie sind Samen, die nun in deinem Bewusstsein gepflanzt sind, bereit zu blühen und dich auf deinem Weg zu unterstützen. Nun, da wir unsere gemeinsame Reise durch Atemübungen, Visualisierung und Affirmationen abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, langsam in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Erlaube dir, einen tiefen, erfrischenden Atemzug zu nehmen. Fühle, wie die Luft deine Lungen füllt und dir neue Energie gibt. Beginne sanft, Bewegungen in deine Finger und Zehen zu bringen. Vielleicht magst du deine Hände zu einer Faust ballen und dann wieder öffnen. Deine Füße kreisen lassen oder deine Zehen bewegen. Diese kleinen Bewegungen signalisieren deinem Körper, dass es Zeit ist. Aus der Tiefe deiner Meditation zurückzukommen. Wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen. Gib dir einen Moment, um dich an das Licht und deine Umgebung zu gewöhnen. Nimm dir einen Moment der Stille, um Dankbarkeit für diese Zeit der Meditation zu empfinden. Sei dankbar für den Raum, den du dir selbst gegeben hast. Für die Heilung und die Ruhe, die du erfahren durftest. Dies ist ein Geschenk, das du dir selbst gemacht hast und eine Investition in dein Wohlbefinden. Ich ermutige dich mit dem Gefühl der Stärke und Positivität, das du hier in dieser Meditation aufgebaut hast, in deinen Tag zu treten. Erinnere dich daran, dass du jederzeit zu diesem Zustand der Ruhe und Zentrierung zurückkehren kannst, wann auch immer du ihn brauchst. Ich möchte dir von Herzen für deine Teilnahme und dein Engagement danken. Möckst du die Ruhe und die Stärke, die du je gefunden hast, in deinen Alltag tragen und darin eine Quelle der Freude und des Gleichgewichts finden? Möckst du die Ruhe und der Freude und der Freude und der Freude und der Freude und der Freude. Möckst du die Ruhe und der Freude und der Freude und der Freude. Möckst du die Ruhe und der Freude und der Freude. Möckst du die Ruhe und der Freude und der Freude. Möckst du die Ruhe und der Freude und der Freude. Möckst du die Ruhe und der Freude. Möckst du die Ruhe und der Freude und der Freude. Möckst du die Ruhe 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 und der Freude.